heiter was geht abladen hier ist genau 24 und das hatte wieso zeige ich das hier und das psycho event ist vorbei die normalen sports sind wieder da ich habe auch das kagosso geklickt weil das recht interessant ist wo ich noch als glücks pokémon abgesehen davon habe ich gar keine ahnung wo wir welchen video machen soll aber es sind auch einladungen ausgekommen wollen eigentlich jetzt wieder nach dem alten system moment so erstmal für dienstag jetzt ich hatte keinen bekommen aber der kollege max von boom hat mich eingeladen und ich überlege immer noch ob ich zwei schaffe aber die anderen kollegen die haben auch ein um eins das heißt beide meins schaffe ich glaube ich leider nicht vielleicht probiere ich noch aber ich glaube ja nicht den macht jetzt wahrscheinlich zu zweit also mit ihm also er kann ich nicht machen und dann mache ich einfach mit mir selber aber ja der wird auf jeden fall zu zweit versucht und jetzt haben wir vorhin noch eine einladung bekommen diesmal bei kann die noch funktioniert ist für den nächsten dienstag also übernächsten dienstag 23 oktober vorzeit ist mir relativ egal ich kann eigentlich immer aber jetzt was wieder interessant ist dienstag wäre der nix extra moment und zwar welche und normalerweise das alte system war ja immer zwei tage vor dem nächsten extra kommt die einladung der nix extra ist dienstag und heute ist sonntag zwei tage vor dem nix extra also das stimmt wieder uhrzeit müsste auch stimmen ich weiß gar nicht wann es warte mal uhrzeit stimmt auch wieder kurz vor 20 uhr kam die einladung also alles wie früher jetzt für die box das war ja irgendwie 20 uhr die einladung und auch irgendwie jetzt immer donnerstag aber jetzt sind wir wieder zurück zum alten system zwei tage vor dem nächsten extra und um 20 uhr circa das heißt die nächste einladung kommt raus am 21 oktober sonntag in einer woche das heißt ab jetzt könnt ihr triggern für nächste woche also für den über übernächsten so hast du das überlegt also was das anders überlegt aber an sich gibt es eigentlich gar keine neuen infos wo wir welchen video drehen könnte ihr habt jetzt auch eigentlich gar keine lust um ehrlich zu sein das ist so ein anime den würde ich mir unbedingt anschauen ist er fsk 18 und jetzt nicht die richtung wo ihr direkt dran denkt sondern eher gewalt ja eher richtung gewalt und er der soll richtig krass sein folge 1 soll wieder so ein richtig krassen what the fuck was da passiert moment haben der momentan ja ich sag mal die medien in den medien kursiert so ein paar gruppen facebook und sowas habe ich auf jeden fall mir das anzuschauen jetzt anstatt hier noch großartig lang wieder zu drehen was ich sagen kann nächste expert einladung kommt am sonntag 21 oktober also triggert fleißig und zwei sachen noch erstens die extra jetzt finden jetzt nicht immer dienstag statt und die einladung kommt jetzt nicht immer sonntag es verschiebt sich nach einer gewissen zeit genaue zeit weiß ich nicht aber nach einer gewissen zeit verschiebt sich alles um einen tag und irgendwann ist es halt dann extra mittwoch und einladung am montag und so weiter dann extra donnerstag einladung wie zack und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter bis seit alle tage durch sind zweitens was jetzt gerade wieder kurz in den gruppen gesehen habe und zwar war eine externa getriggert wird also wann sie ausgelöst wird und auch einen pass herausgibt er hat sie gesehen letzte woche der kann die noch keine einladung gegeben und jetzt diese woche schon ich habe letzte woche nicht beobachtet weil ich in erfurt war und ja war mir eigentlich egal aber diese woche habe ich genau drauf geachtet und klang dino war die aktive arena in unserer zelle jedes mal wenn hier irgendwo weg gemacht wurde was ein doppel in kombination mit klang dino das heißt kann die und ganz klar die aktive arena in unserer zelle und bm einladung ist gekommen für den klang wieso gab es diese kleine pause dazwischen wo keine einladung kam das lag daran wahrscheinlich ich vermute jetzt mal dass er endlich versucht hat den fehler den bug zu beheben wo die extra jetzt einfach ausgefallen sind ich kann es jetzt nicht bestätigen weil klang die note keine einladung aber ich habe gehört jetzt ist wieder so wie früher wenn eine einladung für eine arena verteilt wurde dann ist es wieder so wie früher das bis der expert vorbei ist dort kein red stattfindet konnte ich wie gesagt jetzt nicht beobachten aber was ist so schlimm ich habe das unbedingt kommentare ansonsten viel spaß viel erfolg beim triggern ihr könnt ihr auf instagram oder so schreiben falls ihr interessiert seid an dem anime wenn ich mir jetzt gleich reinziehen würde weil wie gesagt soll angeblich ziemlich brutal sagen aber das war's von mir wie man leiten subscribe kommentieren ja ich habe nach unten die kommentare ob ihr heute eine einladung bekommen habt und ja wie gesagt viel glück viel erfolg am dienstag über nächsten dienstag und für alle die access rates überhaupt folgt auf instagram facebook twitter check den shop ab und vergesst nicht pokémon is serious business